Am 25. Mai, dem Tag der EU-Wahl, besuchten wir auch den Tag der Feuerwehr in Mattesburg. Wir mussten feststellen, dass diese Veranstaltung nicht besonders gut besucht war. Ob es an den zu dünnen und zu dunklen Schnitzeln lag, können wir nicht sagen. Wir mussten feststellen, dass diese Veranstaltung nicht so gut besucht war. Wir mussten feststellen, dass diese Veranstaltung nicht so gut besucht war.